KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung ihrer Immobilie geht. Eine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es am 31.03.2018 auf der L523 in Höhe der Ausfahrt Opau BRSF Tor 12 und 13. Die Unfallursache konnte noch nicht geklärt werden, weshalb die Polizei bittet um Zeugehinweise. Fest steht zwei Pkws, ein Mercedes Coupé aus Worms und ein Toyota aus Mannheim kamen ins Schleudern und prallten an die Leitplanken. Die verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L523 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte sowie Notarzt. Wer also sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Ludwigshafen melden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017